Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr vielleicht schon im Titel des Videos lesen konntet, handelt es sich heute um ein Giveaway von mir. Und wie ihr teilnehmen könnt, ist ganz einfach. In der Beschreibung findet ihr einen Link. Wenn ihr draufklickt, öffnet sich hier dieses Fenster. Und da gibt es dann solche Punkte, die ihr abarbeiten müsst. Jeden Schritt, den ihr abarbeitet, bringt euch Punkte. Desto mehr Punkte ihr macht, desto höher ist eure Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier gewinnen könnt. Es gibt zwei Arten. Zwar gibt es einmal die Punkte und dann gibt es welche, die bringen euch jeden Tag Punkte. Steht die auch darunter per Day. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt auch was abarbeiten kann. Genau, und das müsst ihr euch halt anmelden. Oder vielleicht sind manche von euch sogar schon angemeldet, weil so ziemlich jeder benutzt diese Website halt für Giveaways. Da seht ihr, also dann macht ihr halt die ganzen Punkte durch. Und dann könnt ihr zum Beispiel dann am nächsten Tag noch hier die Videos angucken. Und ja, das sind halt mich auf YouTube abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Dann sieben Videos sind das, was ihr euch anschauen müsst. Auf Twitter folgen. Dann den einen Tweet auf Twitter machen. Meine Facebook-Seite besuchen, auf Instagram folgen und der Steam Cockpit joinen. Und wie gesagt, desto mehr Punkte ihr halt macht, desto höher ist eure Gewinnchance für diese... Beim Schnitt des Videos habe ich gemerkt, dass ich euch noch gar nicht erzielt habe, warum ich dieses Giveaways mache. Und zwar habe ich am 5. April, meinen 20. Geburtstag. Und da dachte ich mir, ich mache halt mal so Just for Fun Giveaways mit einem Skin, der so um die 20 Euro wert ist. Die Vulkan ist jetzt glaube ich 21 oder mit Sticker sogar 22 Euro wert. Aber macht ja nichts, wenn das jetzt ein bisschen mehr ist. Ich glaube, das stört euch doch nicht. Und ja, wie gesagt, das Giveaway läuft dann, glaube ich, 15 Tage sind es noch bis zu meinem Geburtstag. Ja, genau, 15 Tage. Und am 5. April wird dann der Gewinner bekannt gegeben. Oder vielleicht auch einen Tag danach. Mal sehen, wie es dann zeitlich bei mir aussieht. Weil zu meinem Geburtstag werde ich doch ein bisschen feiern auch. Das war's dann auch gleich. Nur kurz und knackig. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.